Liebe Ballgäste, am 24. Februar 2020 war die Rudolfiner Retour der Hofburg hinter mir restlos ausverkauft. Die Stimmung war ausgelassen und das Thema unser Herz steckt für Europa. Das tut es immer noch, aber eigentlich hätten wir uns für die Redout 2021 schon auf ein neues Thema gefreut. Doch stattdessen ist der europäische Zusammenhalt mehr denn je gefragt, wenn wir gemeinsam versuchen eine Krankheit zu bekämpfen, mit der so vor einem Jahr noch niemand gerechnet hat. Die letzte Wiener Ballsaison scheint schon viel länger als ein Jahr zurück zu liegen. Und ein Ball zu Hause ist kein Ersatz, auch wenn man sich noch so bemüht. Auch heuer hätten wir hier im Ballsaal wieder zahlreiche Stunden verbracht und gemeinsam für die feierliche Eröffnung der Rudolfiner Retour 2021 geprobt, um wie immer ein grandioses Programm für Sie auf die Beine zu stellen. Leider gibt es das heuer alles nicht. Noch immer haben wir unsere traditionellen Masken gegen den Mund-Nasen-Schutz getauscht. Aber neben den Planungen für das nächste Jahr, die schon seit einiger Zeit laufen, haben wir in den letzten Monaten ebenso viel Zeit in eine Überarbeitung unseres Internetauftritts investiert. Und auch in diesen Minuten tut sich einiges. Denn unsere neue Homepage geht soeben online und dort haben wir ein Redout-Quiz für Sie vorbereitet. Und auf Instagram zeigen wir Ihnen heute Erinnerungen an die Bälle in den letzten Jahren. Damit blicken wir schon auf das nächste Jahr und gehen fest davon aus, dass die Rudolfiner Retour 2022 wieder stattfinden kann. Besuchen Sie uns doch heuer virtuell. Und nächstes Jahr heißt es am 28. Februar in der Wiener Hofburg wieder Alles Walzer auf der Rudolfiner Retour. Und nächstes Jahr haben wir schon heute wieder wieder über suck. Und hier könnt ihr euch noch auf die dejauchte und dann einen Tag bei mir machen. Und wenn ihr euch jetzt nur noch ein paar Minuten beest? Und was ich euch auch heute erlebe, dass ich mich noch am Ende der Cookie-Nasen eingehen habe. Und dann ist es ein Lied und die Schmerzen. dass wir uns das Lied und die Lehren beteiligern wird, Vielen Dank.